So, brauchen wir ein paar mehr. Du servst auf einem Bein. Wie viel brauchen wir denn entfernungsmäßig mehr? Äh, dreimal so viel. Ziehen wir die Schuhe an und probier's nochmal. Kannst ja auch wieder alles einsammeln. Nein, warte. Die Richtung passt, oder? Die Richtung sah ganz gut aus. Bist du tot? Diesmal hab ich's nicht überlebt. Ja, ich bin tot. Jetzt hab ich die Schuhe angehabt. Den steht eigentlich doch bei... Das hat mich... Das ist Impact of Landing. Eigentlich ja. Ich muss das, äh, bei der Landung abfedern. Mit den Knien. Nee. Ich seh ein bisschen weniger Schwung. Ich teste mal. Okay, haben wir grad keinen Strom? Nee. Jetzt ja. War das? Ich hab's gerade hier vorne neu verbunden. Das ist zu wenig. Ich hab vorne zwei dran gebaut. Wenn du in den dritten steigst, wär das gleiche. Wenn du weniger willst, dann würde ich in den vierten oder fünften steigen. Hier? Nein, von vorne. So, hier. Ja. Ja, 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 nice. Du hast keinen Fallschaden bekommen. Ah, hier sind ganz viele Tiere. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Wird ich kommen. Das war der hier, glaub ich. Juhu. Au. Ich komme. Komm zu mir. Wo sind sie? Was für Tiere? Äh, die komischen Rammviecher. Hab eins. Zwei. Du hast mir ganz viele versprochen, das war's schon. So, hier muss irgendwo mal eine Landestelle sein. Die Kiste wird doch angezeigt. Hier vorne. Da. Können wir noch ein Fundament bauen. Wie man es sieht. Mhm. Wo wir hier sind, können wir es ja nochmal versuchen mit der... Oh. Das ist eine fiese Kante. Wenn man so nicht so ganz... Du musst links bleiben, links bleiben bei der... Mhm. Ja, genau. Oh. Ups. Jetzt kurz geruckelt. Autsch. Überlebt man's? Naja, ich hatte volle Energie und jetzt hab ich eine halbe. Ich hab's nicht überlebt. Ich hatte volle Energie. Was ist da los? Weil ich nicht der Host bin? Weil du das nicht abfederst mit den Knien. Ja wirklich? Man muss wirklich hinknien? Keine Ahnung. Minimal erweitert? Lagerstühle dein Zeug aus. Nicht alles. Bisschen was nehme ich mit, falls ich überlebe. Okay, bereit? Ich kann deinen Scheiß nicht mehr einsammeln. Für die Wissenschaft die zweite. Äh. Steckst du fest? Ich bin hier vorne rausgekriegt. Ah. Okay, es geht ein bisschen weiter als vorher. Hast du auch drei mehr, oder? Oder ist so? Ganz kleiner. Oh, nein, scheiße, ich bin da rein. Ich hab ein paar mehr mitgenommen. Okay, ja, du landest gut. Du landest gut. Oh, da oben auf dem Felsen ist Kohle. Jetzt sehe ich nichts mehr. Es ist alles weiß. White out. So weiter als... Achso, du bist durchgekommen. Ich bin aber auch vorher irgendwo rein. Ah, ja, 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 ja. Ja, da ist die Oase. Die Richtung... Oh, nein, ich lande im Giftgas. Au. Genau auf der Kante vom Giftgas. Aber mein... Oh. Ich wollte gerade sagen, aber mein Körper ist runter in Richtung Oase gefallen. Aber dann ist der nicht auf dem Boden aufgeschlagen, sondern durchgeschlagen. Jetzt falle ich im Nichts. Okay, gut, äh... Ich weiß, wie ich zurückkomme. Geh davon... Aus... Ah, ich höre wieder Viecher. Geh davon aus, mein Scheiß ist jetzt weg. Oh, schade, ich hatte ein volles... Recht volles Inventar. Are you real? Ja. Das war doch... Erfolglos. Oh, ich bin wieder hinten rausgeflogen. Au. Das geht. Okay, wieso fliegt man direkt da hinten raus? Also nur wenn man genug Schwung hat. Was geht? Was geht? Nein. Okay, müssen wir die Kurve irgendwie kleiner machen. Soll ich? Ich habe gerade noch vorne dein Ding angeschlossen. Ich habe Angst. Hui! Okay. Okay, es ist alles weiß. Oh nein, ich bin reingelaufen rückwärts, als ich versucht habe, hier hinterher zu schauen. Oh ja, ich bin auch wieder auf der... Weiß. Ich kriege Schaden, ich bin tot. Äh, weniger. Weniger. Weniger? Weniger. Weniger Beschleunigung. Dann hoffe ich mal, ich bin nicht ganz vorne reingelaufen. Na ja, da zieht die Oase gerade vorbei. Ja, äh, hast du den Fett schon dabei gehabt? Ja, ich habe den gerade angemacht. Ich sehe aber noch nichts. Ich habe Strahlungsschaden bekommen, oben. Dann, ähm, bauen wir mal ein oder zwei am Anfang ab von vorne und probieren es wieder neu aus. Aber am besten nur mit einem Fallschirm, oder? Ein Fallschirm und sonst nichts. Ja. Oh ja, jetzt kriege ich auch ganz schnell ganz viel Schaden. Und mein ganzes schönes Zeug ist weg. Ich weiß auch, ja. Ah, da hinten ist das Level. Okay, war ein bisschen viel. Sehe ich ein. Okay, wenn die Karte doppelt so groß wäre, dann wären wir noch drin gelandet. Wupsi. Wo bist du rein? Oder bist du stecken geblieben? Okay, bin da frei. Was? Was ist da passiert? Warum sieht das so komisch aus? Weil du das abgebaut hast. Wupsi. Okay. Vielen Dank.